Hallo liebe Werderfans, heute nehme ich euch mal mit zum Torwarttraining. Gut, 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 gut. 1 und 3 flach, 2 und 4 hoch. Hä? Geschossen. Keine Vorgaben, außer Bälle halten. Gut, komm. Gut. Komm. Klasse. Der letzte. Gut. Der letzte, hol ihn dir. Sehr gut. Steh da, dann kriegst du den ersten flach da. Oh komm. Jawohl. Jawohl. Guck mal. Komm, geh nach vorne. Du musst nach vorne kommen. Zwei. Der letzte. Der letzte. Fehl. Du musst nach vorne. Du musst nach vorne kommen. Du musst nach vorne abkommen. Soll er da. Ah. Ja, gut. Gut. Gut, gut. Oh, ich bin hier ein guter Blatt.